Musik Geflüchtete werden in dieser Gesellschaft systematisch diskriminiert. Geflüchtete sind von Rassismus betroffen, geflüchtete Menschen sind von Asylgesetzen und Aufenthaltsgesetzen betroffen. Das sind Gemeinsamkeiten und um die Änderung in diesen Bereichen zu haben, will ich mich gerne einsetzen. Meine Perspektive fällt in der Politik, meine Perspektive fällt in dieser Gesellschaft und ich muss dann wieder politisch aktiv sein. Deswegen habe ich eine politische Gruppe von geflüchteten Menschen mitgegründet und wir haben mehrere Aktionen gemacht. Auszeichnung. Auszeichnung. Untertitelung des ZDF, 2020